herzlich willkommen in verbindung mit der mutter des lichts sie sagt eine wundervolle reine klare begegnung ich grüße dich von herz zu herz und ich bekomme das bild wie sich so dieses tor öffnet das tor die energie im herz und ich nehme war wie sie ein ganz helles licht überreicht ganz strahlendes helles licht und sie sagt das reinste das reinste licht aus der quelle nimm es ganz in dein herz und erhelle dich noch mehr in diese reinheit diese ganz klaren reinen energie und es entsteht ein raum der noch weiter dann noch leichter und noch klarer strahlt ein ganz wundervolles lichtfeld das dich umgibt dich ausdehnt ausweitet und in diesem raum bist du frei deine innerste deine klarste reinste energie die liebe und du kannst dich ganz dieser energie hingeben du kannst diese energie ganz bewusst wahrnehmen und das ganz reine licht im herz noch weiter ausdehnen noch klar noch strahlender so dass du noch mehr im vertrauen bist und vertrauen zu dir selbst im vertrauen zu deinem leben zu deinem körper zu deinem herz zu deiner eigenen kopf und dieser raum wird noch weiter noch freier gebe die gebe dich ganz ganz hin ein moment für dich und das licht wird noch heller in deinem herz strahlt und dehnt sich noch weiter aus noch weiter und noch weiter das bild wie sich diese lichtkugel immer weiter ausdehnt immer weiter strahlt so dass alles so feinstofflicher wird der körper das ganze feld ganz durchlässig ist und mit dieser energie kannst du jetzt den tag beginnen oder weiter gehen wann auch immer du das siehst und sie geht wieder zurück und ich bedanke mich von ganzem herzen und wünsche dir einen wundervollen tag in dieser energie in dieser weite und leichtigkeit du kannst mir gerne schreiben wie du das jetzt empfunden hast genau wie es dir jetzt gerade geht bis bald 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020